Mit vollem Vertrauen, mit der besten Absicht, an alle Dinge rangehen, alle Fragen klären, sich irgendwie immer wieder auf den Mund unserer christlichen Frohnatur, die ja auch gegeben ist, in der Erwartung, dass hier unsere christliche Botschaft immer wieder die Möglichkeit bringt, sich zu freuen, sich zu einigen und dem Vertrauen zu begegnen. Braucht Köln den Kardinal noch? Auch, ja, ja. Also, keine Fun-Fragen. Suggestiv-Fragen.